Willkommen bei Heimkino Laser TV. Ich bin Jürgen Böttcher vom Heimkino Raum Osnabrück und wir schauen uns heute mal bei schönstem Heimkino Wetter mal ein schönes Kino an das heißt Golden Art und ja ich würde sagen wir fahren los und lasst euch mal überraschen. Heimkino Golden Art in einem kleinen Raum sollte ein großes Kino entstehen. Ein Rückzugsort in dem man entspannen oder richtig Action erleben kann. In diesem Kino erlebt man den Kinofilm richtig. Das ist noch mal ein richtiger Unterschied zum Fernsehgucken. Wir haben hier ein kompromissloses Heimkino gebaut für Kinoliebhaber mit dem Anspruch State of the Art Technik und Eleganz zu verschmelzen. Nach intensiver Beratungszeit hatten wir für uns die wichtigen Informationen und konnten in Abstimmung mit dem Kunden eine Entwurfsplanung mit anschließender Visualisierung durchführen. Also selbstverständlich werden bei solchen Kinoprojekten modernste Kinotechniken eingesetzt in Verbindung mit dem Interieur, der Akustik und der ganzen Raumgestaltung. Bei diesem Kino war es Kundenwunsch, dass man die Technik natürlich nicht sieht und das ist uns gelungen. Um so ein Kino zu bauen, arbeiten wir schon seit über zehn Jahren mit der Firma Plan B Interieur zusammen. Die können mit CNC-Maschinen einen großen Teil vorfertigen und auch schon vormontieren, dass sich die Bauzeit beim Kunden dann direkt in Grenzen hält. Also bei unseren Kinos legen wir Wert drauf, dass wir nicht einfach nur schwarze Löcher bauen und von daher sind wir wirklich dabei, gestalterisch das Ganze anzugehen in Verbindung mit dem Geschmack des Kunden. Es sind neun Kinositze drin verbaut, da kann man dann auch wirklich abends oder am Wochenende auch mit Freunden und Bekannten wirklich richtig, richtig tolle Filme gucken. Das Schöne an so einem Heimkino ist, dass vorher der Raum in der Regel eine Abstellkammer war, ein Gästezimmer war oder irgendein Raum, der überhaupt nicht richtig genutzt worden ist. Und jetzt kann man praktisch innerhalb von einer Minute sagen, komm wir gehen ins Kino und ist in einer komplett neuen Erlebniswelt und das im eigenen Haus. Ja, ich hoffe euch hat das Video Spaß gemacht, das Kino Golden Art und ich hoffe wir sehen uns demnächst wieder hier auf dem Heimkino Lasertv Kanal, euer Jürgen Böttcher. Bitte schinfl Chol Chol